so neuner und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge ls 17 heute sind wir hier ordentlich weiter am forsten und während wir geld einnehmen trinke ich mal eben was ne ab die post weiter geld machen was wie dreitausend dreihundert letztes mal haben wir achttausend gemacht egal ist außer ob da wir sind scheiß los genau wir wollten jetzt auf das nachbarfeld dann gucken wir gleich mal wie viel holz aus dem knotenpunkt da gekommen ist ist das davon ein goldstück ne müsste nämlich bald wieder eins kommen weil alle hundert steine so gefühlt nein weiß ich nicht kommt mal ein goldstein da raus goldstück whatever ähm ja so ist jetzt bald wieder soweit deswegen laufen wir hier einmal rum hier guide hier guide hier guide oh god es leckt hier sowieso auf der insel ja passt aber hier werden wir viel zu tun haben ja hier haben wir schon was abgesägt das ganze ding hier das kommt ab die seite hier erschlagen wir ziemlich kahl ja na gut bisschen gebüsch können wir auch stehen lassen ach alter was leckt denn das jetzt schon wieder junge so kollege zack hörts auf einmal aufzuleggen komisch leckt mich fett eurer nein ich wollte das selbst machen ja ihr seht richtig ich grubber selbst krass ne dass ich das überhaupt noch kann wundert mich selbst ein bisschen nein zack also mit neuen träger habe ich mir überlegt wird erstmal nichts kommen ähm aber irgendwann kommt sicher was weil ich habe das mal durchgerechnet ich habe mit dem träger ausgeguckt so ähm ja das lohnt sich im moment nicht ja den wollte ich hier noch wieder einstellen gut ist noch alles richtig eingestellt easy voll ab die post der knotenpunkt hat anscheinend bisschen holz gegeben würde ich zu behaupten würde ich zu behaupten so dann können wir hier wieder wegjagen so kann das auch gehen moin 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 soo ja ja halt 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 nicht so weit und sonst nimmt das förderband das nachher nicht das wäre scheiße mal eben gucken wo kz pgr appstore ja dann gibt es hier anscheinend einen konstanten preis dafür aber pro wie sieht es eigentlich mit zuckerrüben aus werden wir noch zuckerrüben liegen was ist das gold was ist das gold ach der gold preis rockdisposal ok ah lol wir könnten lol wir könnten wir können gülle zur bga bringen alter das ist ja mal so geil zuckerrüben stehen bei 300 noch was dabei war ja mittelmäßig ne habe ich doch auch gleich mal spontane idee ja genau das hier das ist jetzt nicht wirklich teuer da könnten wir uns noch ordentliche reifen raufziehen boah die farbe passt so dann könnten wir uns das nämlich holen so können wir uns das nämlich holen dann können wir mal unsere gülle zur bga schaufeln weil wir haben ja schon doch bisschen was und unser eigenes fass ist dafür zu klein definitiv dann können wir hier jetzt mit einem ordentlichen transportfass ja zur not können wir auch zubringen damit 21.000 liter hat das unser anderes 18 noch was ja ja na helfer wird durch ein objektblock hier ja kümmere ich mich drum und wenn es ein baum ist kümmere ich mich da auch drum so mir war ich war sowieso schon am längeren oder länger überlegen mit dem transportfass wie das aussieht wir können eigentlich mal eben wieder 50.000 kredit zurückzahlen ähm ja wie das damit aussieht äh aber es hat sich eigentlich nicht wirklich gelohnt immer aber ja wenn man Gülle da verkaufen kann bei der bga dann ist das perfekt das habe ich vorher noch nicht gewusst muss ich ganz ehrlich sagen so aber zuerst forsten wir hier fertig mal gucken ob der nochmal 100% voll haut ja laufen wir hier nochmal runter hier gab es glaube ich noch nie hier der Baum der macht immer ein Problem hier ja ja komm sich hier mal perfekt so gut ja brauche nicht unbedingt ja nee hier nochmal ein ordentlicher oh geil nochmal ein ordentlicher Knotenpunkt dann haben wir das ja auch alles ja das sieht auch geil aus jetzt schon aufgelichtet hier bisschen die Sonne durchsehen hier geil ne jetzt nur 23% das wäre geil gewesen wenn er jetzt nochmal voll geklatscht hätte hier also ihr seht der Träger hat auch nicht wirklich zu tun mit dem Ding deswegen verstehe ich gar nicht genau warum das so eine hohe PS äh empfehlung hat ach guck mal da war noch ein oh ein Stückerl war da nur falsche Richtung ja passt das kriegen wir das zu fassen komm ach man als ob wir das jetzt ernsthaft nicht zu fassen kriegen bitte lass das noch hebbar sein ach müssen wir da von der anderen Seite ran fahren nützt nix also was hab ich denn für einen Lauch bitte brah brah ist okay jo vorwärts ey sag ich jetzt ja nicht der ach ich krieg das ja alles Leute ich sag euch das ich krieg das alles hier ey also ja vielleicht müssen wir einfach mal eben wieder hier vielleicht war ihm das jetzt bisschen zu viel hä brah 2% mehr wir müssen jetzt ernsthaft wieder den Trager holen das hier alles aufladen oh alter ok mach ich doch gerne wer hat jetzt hier den 4 in den Weg gestellt ich sag euch das Leute einmal mit Profis ne jo das war nur bisschen Geschiebe dann kommen wir dann den anderen auch gut ran falscher so so dann können wir von dieser Seite auch da ran löpt doch hier dort löpt doch hau mal eben mit den Anhänger da ja ok mal machen umtüddeln an nicht dass irgendwas passiert du dumm 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 du dumm dumm du dumm dumm ok wir müssen jetzt ernsthaft also dieses Gebilde irgendwie mit dem Maximum hochkriegen oder wie soll ich das jetzt verstehen nee brauchen wir nicht easy nuss hab ich das hier abgeschlachtet ja ne ich glaub schon ja das hier sowieso jo zack wenn wir das da rein abladen ist der Anhänger sowas von voll haben wir hier ja schon ja dann bleibt das halt gut dann sind wir hier auch fertig dann haben wir noch ein Feld nachher ich guck mal eben jo als ob ich schon wieder so lange aufnehmen das ist immer krass mal eben wieder was trinken hm hm echt jetzt war das alles packt das jetzt wieder das kann doch gar nicht alles sein weil alleine von dem Knotenpunkt müsste der Anhänger schon fast voll werden ja ja warte ich nämlich gerade sagen so ne quatsch das Ding war schon aus ok gut machen wir das mal eben zu du düsen mal eben hier zu meinem letzten Feld ne ist eigentlich der Träger fertig mit Düngen sieht mir hier ganz danach aus jo hier vorne haben wir da auch schon direkt den ersten Kollegen machen wir aber gleich zuerst leer ne ne der ist noch nicht fertig wurde ich genau wird der jetzt blockiert hä Baumstumpf ah ja das war ein Baumstumpf aber ich verstehe nicht ganz was der da jetzt wollte naja ja nicht ärgern nur von dann so so als ob du noch so wenig Dünger drin hast ok dann müssen wir gleich wieder voll machen ohr äh äh sorry Leute das musste raus das musste ich euch mal eben sagen und es leckt schon wieder jetzt nicht mehr gut feiner Junge huoh na wir müssen ja sowieso bisschen tricksen wenn wir hier an dem oh oh Transport fast vorbei wollen wollte ich sagen der An-Abkurbel-Trick funktioniert immer immer also solange wie ich LS spiele hat er immer funktioniert zack rein in die Olga also Grüße gehen raus an alle Olgas und euch oh Düngerstreuer ist gleich leer ja das wird auch immer weniger oder irgendwann ist noch 3000 noch was jetzt nur 2300 gut gut ja der hätte hier wieder keine Ahnung was gemacht mal eben Steine aufladen ha getroffen können wir die Stelle da sogar theoretisch drin lassen da haben wir noch einen die Schaufel backt warum das rein in die Schaufel rein in die Schaufel hier oben haben wir noch irgendwo einen da so jo perfekt so genau hier auf dem Feld nebenan sind wir ja nicht dazu gekommen beziehungsweise hatten wir noch gar nicht den Plan das hier alles in die Schaufel zu laden so halt so 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 ach ja warum habe ich eigentlich eben gar nicht gelabert ja moin so geil war da hier ne Schaufel fast voll aber mal gucken kriegen wir den noch hochgehoben oh tatsächlich Hauptsache so einen albernen Ast kriegen wir nicht hochgehoben aber sowas hier ne scheiße können wir das uns in den Düngerstreuer laden so geht das ne leider nicht hm ich krieg den noch mit irgendwie krieg den noch in die Schaufel gequetscht irgendwie hält das ich muss ja eigentlich auch einfach nur geradeaus haben wir noch zwei Steine auf Feld 9 ein jo zack jo passt dadurch kriegt man auch immer ein kleines bisschen Geld so ist zwar nicht viel aber reicht he ich sehe gerade der Hackschnitzel Express ist wieder 82% voll laden wir mal eben wieder ein ja Leute das soll es auch wieder für heute gewesen sein nächste Folge machen wir Hackschnitzel fertig und ja mal gucken womit wir dann weitermachen ob wir dann Gülle verkaufen fahren mit dem neuen Transportfass und dem Johnny oder so müssen wir mal gucken ja ich würde sagen wir sehen uns nächste Folge wieder bis dahin vergesst dich zu supporten haut rein tschüssi